Hallo und herzlich willkommen zurück bei Winkelke. So, haben wir genug. Die gießen wir mal. Nein. Gut. Die Kartoffeln könnten wir aber bald wieder ernten. Aber bald, bald, bald. So, was fehlt uns denn da? Ah, da fehlt uns. Ne. Da kommt es hier und da. Körrad. Da haben wir nichts mehr. So, da kommt hier. Was ist da? Tja. Dann machen wir das anders. Dann kommen die raus und kommt das rein. Machen wir das mal so. Kaufen. Warte mal. Lager. Große Palette kostet 225. Das sind schon große Paletten. Ach so, okay. Das sind alles schon große. Ja gut, dann bauen wir halt da mal eine kleine hin. Ist ja wurscht. Aber zumindest haben wir ein bisschen mehr Platz. So, dann schauen wir da noch. Ah, wir könnten diese Tische hier nehmen. Genau. Und da könnten wir sogar noch einen zweiten hinstellen. Gut, mach's zu. So, da könnten wir das drauf tun. Und da könnten wir theoretisch... Die Hose haben wir woanders. Gut. So, machen wir's so. So. Und dann guten Morgen. Und dann können wir's so. Also Mist, ich habe meine Mitarbeiterin heute gar nicht, ich habe kein Geld aufbehalten. Abfallen, haben wir noch vier, fangen wir unten an, Wolle haben wir echt keine mehr, Holz haben wir vier, Kartoffeln haben wir, Zangen haben wir hergestellt, Nägel haben wir hergestellt, Leinern haben wir noch drei, machen wir hier draus, Karwendel nehmen wir ein bisschen was, Eisen nehmen wir ein bisschen mehr, Camilla, Conan, Spargel, Abbrauchung, okay, kaufen. So, ähm, keine Ahnung, nehmen wir da die Schuhe, ähm, die Tränke, Trank, Ja, da kann rein das da und das da. Ein Heilsang, meine Tochter, äh, die Schuhe kann, warte mal, die Alrhona ist da eh. Okay, so, we had a burn, ja, von mir raus. Gut. Kann ich dazu wieder was anhämmern? Zwei Schuhe Zwei Hosen Akzeptieren Liefern Schließen Hemd kann man noch eins Brudel Quark ist neu Lavendel Alrauna Getreide haben wir Kartoffeln haben wir Käse Nappel Okay Und wir könnten Nägel haben wir noch zwei Eins Eins Eiltrinker Wird reicht Hundert Eins Das ist super So Jetzt kommt hoffentlich meine Gehilfin wieder So Jetzt sollte derer vielleicht Aber das kann ich noch nicht annehmen Vielleicht liegt das auch anders hin Interessant Kann ich das gar nicht hinlegen Du hast ein neues Erscheinungsbild freigeschaltet Stiefel Okay Aufgabe erledigt Nettowert zwei Spargel haben wir noch zwei Nehmen wir mal drei Da haben wir nur noch einer Bohnensamen Bohnensamen Käse Haben wir noch drei Die brauchen wir nicht Lavendel Nein Haferbrei Oh Ich bin voll Wir kaufen Ich soll gerne Momente laden Wer so Kann ich sowas kaufen Wollte ich nicht anreißen Das war die Schockensamen Spargel Ein Spargel Danke Dann könnte man definitiv noch mehr brauchen Lavendel Nein Nägel Nein Kartoffeln Nein Hose Nein Haben wir noch Wolle Trocken Oh Viel Spaß so gut dann das ist ja gut gut mach das einmal zu ich brauche definitiv ein paar davon die schuhe sind ok, die hosen sind ok, da haben wir ein bisschen viel, allraune haben wir auch Piere, Gemüsesuppe ist alle, die Samen brauchen wir jetzt nicht, nein, nein ja, das schon und dann oben noch ein bisschen mehr Eisen so gut müssen wir die Attraktivität erhöhen, damit mehr Leute kommen gut 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 ja, alles aber still geht nicht Kartoffelsamen im blau hm ein Lilo nehm mal einen und einen grünen Spargel und eine grüne Artischoka hoffen oh sie erwartet mehr Lohn stimmt, da war was, ich sollte jetzt echt dann nachher schauen, wie man ihren Lohn erhöhen kann ich meine, immer ist sie echt brav kann man nix sagen ja, leicht wird mir definitiv das Leben diese erfüllen sind ich würde sagen ich würde sagen, wenn ich die Hackerei kommt, da ist es nochmal ein bisschen mal das ist ein wenig … … … Blaubeeren, die sind das eine für das Rezept. Okay, wir müssen mal noch unsere Jasmin schauen. Jasmin Lohn. Einmal, zweimal pflanzen. Also gut, einmal braucht man vielleicht noch. So, dann haben wir hier Blumeweiße. Huh? Zwei grüner und einmal grün das da. So, Moment mal. Das da kann man löschen, das da kann man löschen. Die Blaubeeren. Oh Mist. Kaufen. 125. Gut, du bist überlastet, kann gar nicht sein. Warum kümmert sich das hier eigentlich nie um den kosten? Verstehe ich es nicht. Gut. Gut. Alchemisten von nah und fern treffen sich um über Entwicklungen zu diskutieren und Erzeugnisse zu verkaufen. Nachfolger und Preis für Alchemieprodukte und Zutaten sind erhöht. Mehr Kunden kommen in den Laden. Okay. Ich habe keine Stuhlchen mehr. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Du Wagelsamengrün. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Mist. Ich muss mir das irgendwo abschreiben. Ich bin voll. Ja, dann warte noch kurz. Zwei Platz haben wir. Tschüchen. Ich glaube, wir können jetzt so einen Latour weitern. Wir haben kein Hemd mehr, okay. Kommen wir da jetzt wieder. 84. Sehr gut. So, wir haben fast 600. Das ist eine ganze Menge. Gut, 100 sollte man es aufheben. Das sind zu viele. So. So. Gut. Das heißt, 200 Hammer. Das heißt, wir können sie zahlen. Wir können. Okay. Wunderbar. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Moment. Eppelchen haben wir drei, Adischöcken haben wir mehr als genug, Mist, ja, ich habe es nicht aufgeschrieben, Spargel weiß ich noch nicht, Bohnen, nein, Bohnen, Samen, nein, Blaube haben wir auch noch keiner. Ja, Camilla haben wir sechs, okay, Käse, Rauna, Kartoffeln, Gemüse, super, Ola, gut. Hmm. 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 Warte einen Moment. So, was haben wir da? Lille Äpfel, ein neues Erscheinungsbild freigeschaltet. Cool. Das kriegt man beim Spielen so nicht mit. Spargel haben wir sieben, Bohnen haben wir genug. Blaubein haben wir noch. Blaubeinsamen haben wir auch. Holzschuhe, einen. Rustenmittel, blau, Eisen. Leinern. Aber Brei haben wir, Hemd. Haben wir gar keins mehr. Äh, Holz. Oh, nur Moment. Ähm. Ähm. Äh. 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 Camilla? So, das haben wir keine mehr. So. Okay, es ist schon wieder rum. So. 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 Okay. Hey. einmal Kartoffeln, warte mal, einmal Kart, einmal rosa, so. Kamila, zwei Weiß, gut, Getreide, Blau und Weiß. Warte mal kurz, was ist da? Können wir da noch löschen? Haben wir hergestellt, haben wir hergestellt. Gut, können wir da noch, nach allraune haben wir keine mehr. So, dann schauen wir mal. Mit 600 Münzen zahlen müssen wir erst in fünf Tagen. Dekorationen platzieren. Sortierst du mal nach, ach so, okay, außen, innen, überall, okay. Das hier muss zum Beispiel innen sein. Na, schaut doch schon mal ganz nett aus. Ähm, das kann überall sein. Mist. Okay, das schaut scheiße aus. Ähm, Leidenkorb im Haus. Blumenkorb, auch eh, der kann überall sein. Gut, haben wir die Attraktivität erhöht. Der kann sicher auch draußen sein. Ne, der schaut doch was. Das was darf drinnen oder draußen stehen. Könnten wir das da herstellen? Ob das da bleibt, weiß ich noch nicht, aber im Moment ja. Gut. Mehr Geld haben wir nicht, einkaufen können wir eh nichts. Oh. Wir haben keine Gehilfe, ich hab's vergessen. Doch, die Jasmin ist da. Kann ihnen das vielleicht zu viele Plätze? Kann sie so viele nicht betreuen? Hm. 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 So, Apfel haben wir drei. Spargel haben wir genug, haben wir auch genug. Blaubirn haben wir noch nicht viele. Camilla haben wir eigentlich ein paar. Hm. 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 Um nochmal, um nochmal, um mal da. Noch eine. Auch mal da. Auch mal da, wo es auch noch genau sein. So, wie muss noch mal da sein. Ob das ist, wie eine andere. Oder ist es ein kleineres Loch. clothes, das ist ein kleiner. Ich kann ja, was vielleicht noch auf keinen. Da recht, wie ein kleineres Material haben. Warte mal, da geben wir irgendwas hin, was nicht ist. Nee, Käse haben wir auch irgendwo. Du hast Ladenstufe 20 erreicht, cool. 625, ähm, Herd oder Schneiderei, Herd. Ah, cool. Dahinter. Usa ist keine mehr da, Hemden sind weg, Kartoffeln sind da, Schmerzsalbe brauchen wir nicht, Alrauna, Lavendel haben wir noch, 6er, Käse. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Da kommt doch jetzt was hübscheres her. Ja, der ist so voll klein, dass er nirgends reinpasst. Da haben wir nur eins. Da haben wir alle. Wollen wir noch 3 Haferbrei? Danke. Wollen wir noch mein Haferbrei? Ja. So, Lavendel ist auch was. Und die Blaubeern sind auch weiß. So. Bin minimal überladen, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. So. Gut. 6 Boote. Ähm. Hammer. Okay. Wunderbar. Das heißt, das überschüssige Gemüse können wir jetzt ja gar nicht das machen. Cool. Okay. Tränke. Okay. Pamela. Gut. Tränke. Hammer also. Ähm. Und für´s Eisnummer kommt Platz mehr. Gut. Tränke. Hammer. Also. Dankeschön. 155 haben wir noch, so Apeln haben wir drei, Artischocken haben wir genug, Spargel haben wir, Holzschuhchen haben wir noch zwei, nehmen wir mal drei, Getreide brauchen wir keines, Leinen haben wir drei, Alraune haben wir gar keine mehr, Nägel haben wir gar keine mehr, Zangen, Gemüsesuppe mag ich mir jetzt selber, kauf mal den Rest. Gut. Warte, ich könnte mal zwei, drei Heiltränke machen. Verkaufen. Abbrauen haben wir zwei, Artischocken brauchen wir keine, Boden brauchen wir keine, Blaubein haben wir noch. Das ist alles nur weiß, das ist weiß, Getreidegrün. Aber die Frage ist, will ich Getreidegrün kaufen? Nein, ich möchte Besseres. Kartoffel, Lila, also Rosa. Gut, da könnten wir noch einen kaufen, weil dann haben wir zwei Rosa. So, gut. Die Rosa haben wir nur noch eine kaufen. Jetzt, wir könnten da, eigentlich einmal das Brötchen legen, da die Zange. Moment. Gut. Also was auch immer sie gegen den einen Schrank hat, alles andere macht sie ja. Erweitere dann in den Laden, verkaufe Waren. Ja. Gut, damit würde ich sagen, reicht's für heute auch. Ich sag mal tschüss schon. Hoppa, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.